Halleluja! Halleluja! Israel und das jüdische Volk 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 Hey Brain! Was wollen wir denn heute Abend machen? Was schaust du, dass du einen Job findest? Genau dasselbe wie jeden Abend, Pinky Ne? Für mich war das ja auch ein bisschen unerwartet, ne? Ey, Weltherrscher! Muss ja erstmal wollen! Die Leute denken, er muss ja wollen! Wer wacht denn morgens auf und sagt Alles klar, ich werde jetzt mal Weltherrscher Das ist total Bullshit! Dann musst du erstmal was verkraften Dass du auserwählt bist Dann musst du durch alle möglichen Widerstände durch Und dann musst du überleben Und dann muss das auch noch abgeschlossen werden Dieser Abschluss Der steht ja noch bevor Und da spielt ihr eine riesengroße Rolle Ja, so So geil! Ja, ne? Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen Der Vicky und der Brain Ja, Vicky und der Brain Im Tierversuchslabor Das ist nur in Israel So geil hier, ja? Das ist nur in Israel Da ist das geschehen Ey! Ich sag's euch Leute, ne? Die in Jerusalem, die warten wirklich auf den Messias So, das bin ich ja keiniges an Änder Alles das, was du dir vorstellst Egal was es ist, ja? Und das ist alles so geil Der eine ist brillant Der andere Geist ist krank Wenn wir jetzt Leute, ja? So Ja, ne? So Aber ey ich sag euch was Leute, ja? Wenn wir jetzt Leute, ja? So Ja Ne? So Aber ey ich sag euch was Leute, ja? Wenn wir jetzt Leute, ja? Ja Der Vicky Wir stehen wirklich kurz vor der größten Sensation in der Menschheitsgeschichte. Das nehme ich, ein Typ aus Düsseldorf. Ja, das heißt, ich bin der Mond. Jesus ist gestorben, das ist die Sonne. Ich bin der Mond. Ey Leute, ich sag's heute, das ist einfach zu krass mit dieser hohen Schwingung, Leute. Ja, deswegen bin ich ja der Messias. König demnächst. Ey, wir haben runter morgen, Leute. Ja, was ist jetzt hier? 4 Uhr irgendwas, Leute. Ja, 4.20 Uhr oder sowas. Ne, super geil, Mann. Keine Chance irgendwie an Schlafen zu denken, Leute. Ausgeschlossen. Und greife nach der Macht. Ich habe dem gesamten Bundestag geschrieben, in einer E-Mail, die wahrscheinlich nur der 20-jährige Hacker gelesen hat. Jesus Christus kommt nicht, sondern der Ulf Diebel aus Düsseldorf. Ey. In ihrer Größe Bahn. So, und das habe ich eingereicht. Bei wem? Bei denen. Bei denen. Der Papst weiß davon. Ey. Der Pinky und der Brain. Der Pinky und der Brain. Jeder kann es sehen, doch keiner verstehen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr ein Sign-Up macht und dran bleibt. Und das auch erzählt. Vielfach machen Sachen vielleicht nicht sofort Sinn. Ja, weil für einige Leute ist das einfach zu hoch. Das ist zu hoch. Revill die ganze Welt. Ey. Israel sucht seinen Messias. Die suchen ihren König. Ich sag's euch, Leute, ne? Ohne Scheiß. Jesus Christus, der Jude, ist gestorben. Es kommt der Erstgeborene aus dem Toten. Der Typ, der im Buch der Offenbarung drin steht. So. Dieser Typ bin ich. Mein es geht so hoch. Bleibt ihr weiter Zuschauer? Und sagt, ach ja, mal gucken, was jetzt passiert. Okay, fällt ihm jetzt das Schwert auf den Kopf? Der Vicky, der Vicky und der Brain, 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 Brain. So, ja? Ne? So. Aber ey, ich sag euch was, Leute, ja? Es wird noch ein bisschen dauern, aber... Ihr müsst einfach nur anmelden, weil wir haben das gesagt, es wird noch ein bisschen dauern. Halleluja! Halleluja! And the 12 points go to... Ah! Israel! Israel! Bell... Halleluja! 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 Our 12 points go to... Israel! 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 Halleluja! Hallelujah! On was shereaah... 好不好 was... empathy es noch nicht. Halleluja! Halleluja! Alla go, oh.... Halleluja! Alright und Lori...